Ja, schönen guten Morgen heute im Münchner Presseclub. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Tessa Ganserer, eine Frau, die schon ein bisschen Geschichte geschrieben hat in der deutschen Politik. Sie ist die bisher einzige transsexuelle Abgeordnete in einem deutschen Landesparlament und Frau Ganserer bewerbt sich jetzt dafür, dass sie bei der Bundestagswahl auch gewählt wird und nach Berlin kommen kann, um da einiges zu verändern, was ihr sehr am Herzen liegt und den Menschen, für die sie spricht. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Also bitte Entschuldigung, dass wir erst jetzt eine Viertelstunde später anfangen, aber Frau Ganserer hatte Probleme hierher zu kommen, war im Verkehrsstau. Es hing sich ja auch mit dem Bahnstreik zusammen, aber jetzt können wir ein entspanntes, ausgeruhtes Gespräch führen. Ja, Frau Ganserer, vielleicht erklären Sie mal, warum Sie jetzt unbedingt in den Deutschen Bundestag wollen und warum dieser Sprung vom Landtag in den Bundestag eine viel größere Bedeutung hat. Ja, also vielleicht erst einmal einen schönen guten Morgen und entschuldigen Sie mich, nachdem wir uns momentan in einem Bahnstreit befinden, habe ich gestern Sicherheitshalber beschlossen, gleich aufs Auto zu setzen und entsprechend war heute der Verkehr auf der A9, deswegen mein zu spät kommen. Ich bitte das vielmals um entschuldigen. Zum Grund, warum ich für den Deutschen Bundestag kandidiere, ist ja gleich gesagt, dass eben auch in dieser Legislaturperiode die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD es nicht geschafft haben, dieses entwürdigende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Vor genau zehn Jahren, im Jahr 2011, hat das Bundesverfassungsgericht in dem letzten Beschluss einen Teil des Transsexuellengesetzes für grundgesetzwidrig erklärt. Seitdem wird eine Reform dieses Gesetzes versprochen, passiert ist nichts. Können Sie kurz mal erklären, was das Bundesverfassungsgericht damals für grundgesetzwidrig erklärt hat? Also das Transsexuellengesetz stammt aus den 80er Jahren und es wurde in mehreren Beschlüssen, in Teilen für grundgesetzwidrig erklärt. Der letzte Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 hat die bis dahin bestehende Vorgabe, dass für eine amtliche Personenstandsänderung eine geschlechtsangleichende Operation unter Nachweis, unfruchtbar zu sein, eben mit dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit unvereinbar ist und deswegen nicht mehr weiter vollzogen werden darf. Das war das letzte Bundesverfassungsgerichtsurteil, das einen Teil des Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt hat. Das passiert nicht selten. Das gehört zum politischen Alltagsgeschäft dazu, dass Gesetze gemacht werden und dann über die Rechtmäßigkeit vor Gericht überprüft. Und normalerweise gehört es zum politischen Handwerkszeug, dass dann eben die Regierenden nachsitzen müssen, ihre Hausaufgaben machen müssen und diese verfassungswidrigen Gesetze entsprechen verfassungskonform. Also gerade wenn man besonders schlechte Regierungen wählt, dann passiert das öfter. Das ist nichts Ungewöhnliches, eben gerade auch mit dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz so geschehen. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist seit zehn Jahren dieses Gesetz nicht angerührt worden. Das heißt, es ist nach wie vor so veröffentlicht, wie es vor einem Bundesverfassungsgerichtsurteil Bestand hatte. Seit sechs Jahren fordert der Europarat die Mitgliedstaaten der EU dazu auf, dass sie einfache und unbürokratische Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung für transgeschlechtliche Menschen erlassen, die auch das Selbstbestimmungsrecht transgeschlechtlicher Menschen waren. Also eben Verfahren ohne psychologische Zwangsbegutachtungen, wie sie in Deutschland noch der Fall sind. Da kommen wir gleich drauf. Also Sie sagen, der Europarat. Also gibt es in Europa Länder, die da deutlich weiter sind als Deutschland, die eben auf diese Begutachtung verzichten? Und wo ein normaler Gang zum Amt genügt? Ja, die gibt es in der Tat. Vorgelegt hatte vor zehn Jahren Malta. Nach dem Europaratsbeschluss folgen dann Länder wie Dänemark, wie Belgien. Die Schweiz hat zum Jahreswechselgesetzesreform beschlossen. Und erst vor wenigen Wochen ist dem sogar das konservative Spanien gefolgt. In diesen Ländern reicht es, wenn ich als Mensch im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten auf das Standesamt gehe, erkläre, Entschuldigung, da ist ein Fehler passiert. Der amtliche Personenstandseintrag, das bei der Geburt festgestellte Geschlecht, das stimmt nicht und ich hätte gerne meine amtlichen Dokumente richtiggestellt. Und dann wird das ohne großen Aufsehens dann eben auch gemacht. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, wenn das so einfach ist, sozusagen mit so einem Gang zum Amt, das wird dann möglicherweise missbraucht. Und dann gibt es Menschen, die zwischen den Geschlechtern hin und her hoppen. Also gibt es da Erfahrungswerte aus den Ländern, die das schon praktizieren? Nun, so einfach hin und her hoppen ist es nicht. Mit ihrem amtlichen Personenstand ist ja dann der ganze Rattenschwanz an Änderungen verbunden, einschließlich der Sozialversicherungsnummer, wenn sie sich ausweisen müssen. Und für die allermeisten Menschen ist es nichts Besonderes, einen Personalausweis vorzuzeigen. Dann werden sie jeweils entsprechend mit dem in den amtlichen Dokumenten festgestellten Personenstand, Vornamen und entsprechend auch angesprochen. Also aus Jux und Dollerei macht es keiner. Die Befürchtung des Missbrauches ist, wie die Erfahrungen in den anderen Ländern zeigen, entsprechend unbegründet. Sie stehen jetzt auf dem Wahlzettel für die Bundestagswahl. Sie kandidieren auch als Direktkandidatin in Nürnberg. Und Sie haben sehr, sehr gute Chancen, in den Bundestag zu kommen, weil Sie auf der bayerischen Landesliste der Grünen auf Platz 13 stehen. Also wenn man jetzt mal diese Umfragen für realistisch hält, dann sind Sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Parlament. Aber was man auf dem Wahlzettel lesen kann, ist auch Ihr Alter Name. Also da steht Markus in Klammer Tessa Ganserer, Försterin, MDL. Was löst das in Ihnen aus? Wie zufrieden sind Sie damit? Das sieht ja nach einer Kompromisslösung aus. Das ist noch gedrungen das, was die Partei zugestimmt hat, um meine Wählbarkeit nicht zu gefährden. Aber das ist einfach demütigend. Es ist demütigend und erniedrigend, hier den alten falschen Vornamen zu lesen, genauso wie es einfach demütigend und erniedrigend ist und respektlos, den alten falschen Vornamen zu verwenden, mich damit anzusprechen. Und es ist egal, wo und wann das passiert und ob es absichtlich oder unabsichtlich geschieht. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich nicht, warum das auch in den Medien, auch gerade bei mir immer wieder passiert. Vor Jahren schon hat Focus Online einen Praxistipp veröffentlicht, veröffentlicht zu sensiblen Berichterstattung und Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen, wo sehr genau erklärt ist, was Deadnaming ist, was es anrichtet und wieso es nicht gemacht werden soll. Deadnaming heißt eben, den alten, falschen und abgelegten Vornamen von transgeschlechtlichen Menschen zu benutzen. Und wissen Sie, für mich waren die Jahre vor dem Coming Out, waren furchtbare Jahre. Ich habe mich jahrelang so gequält, weil ich so dermaßen Angst vor dem Coming Out hatte, weil ich genau wusste, was passiert, dass ich meine Transition im vollen Licht der öffentlichen Wahrnehmung machen muss, dass ich gezwungenermaßen immer wieder als Person des öffentlichen Lebens auch auf meine Transgeschlechtlichkeit angesprochen werde und damit gezwungenermaßen regelmäßig einen Seelenstriptiz hinlegen muss. Und mir war nicht klar, ob ich dem Ganzen emotional gewachsen bin. Mir war das vollkommen klar, dass ich nicht naiv in den Landtag als Frau gehen kann und so tun, als wäre nichts gewesen. Und genauso war mir klar, dass mit der öffentlichen Wahrnehmung und dem öffentlichen Interesse um meine Person Hass und Hetze in den sozialen Medien nicht ausbleiben wird. Und so ist es auch geschehen. Ich wusste nur von meinem Coming Out nicht, ob ich das Ganze emotional durchstehe. Und diese Zeit ist für mich vorbei. Die waren furchtbare Jahre. Ich habe damit abgeschlossen und ich möchte damit auch daran eigentlich nicht mehr erinnert werden. Und jedes Mal, wenn mein Date Name genannt wird, reißt es bei mir alte Wunden auf. Und das ist nicht nur bei mir so, weil ich jetzt persönlich so empfindsam wäre, sondern so geht es eben auch anderen transgeschlechtlichen Menschen. Und deswegen sollte man den Date Name eben nicht verwenden. Es hat aber noch eine weitere Folgewirkung, auch wenn Sie in Ihrer Berichterstattung meinen Date Name verwenden. Erzeugen Sie bei den LeserInnen, bei Ihren ZuhörerInnen, ZuschauerInnen den Eindruck, als wäre da nichts dabei. Als könnte man das einfach machen, als wäre das der gewöhnliche Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen. Das heißt, der Umgang mit mir in den Medien impliziert ja in gewisser Weise auch den Umgang mit anderen transgeschlechtlichen Menschen. Und es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch anderen Menschen so, dass sie, und bei mir ist es aufgrund meiner Position in der Öffentlichkeit heute ganz besonders, dass es jede Menge Menschen gibt, die mich hassen, die ganz offensichtliche Transfeindlichkeit an den Tag legen und die ganz bewusst mich mit meinen alten Vornamen, mich mit der falschen Anrede ansprechen und mir damit mein Frausein in Abrede stellen, um mich zu verletzen. Das ist einfach verletzend. Und deswegen ist es einfach furchtbar, dass der Name da steht. Und es ist aber für mich einfach nur wirklich die Spitze, der Spitze der täglichen Erniedrigungen, die ich aufgrund meiner nicht passenden amtlichen Dokumente erleiden muss. Worin bestehen diese Erniedrigungen? Das können sich ja Menschen, die nicht so ein Schicksal haben, dass sie sich im falschen Körper fühlen, im falschen Geschlecht erstmal zugehörig. Worin besteht das? Aber ich fühle mich doch nicht im falschen Körper. Ich habe zwei Augen, mit denen kann ich weinen. Ich habe einen Mund, mit denen kann ich lachen. Ich habe zwei Arme, mit denen kann ich liebe Menschen umarmen. Und an dem ist nichts falsch. Vielleicht müssen wir gesamtgesellschaftlich auch grundsätzlich noch viel mehr an Verständnis und Aufklärung für das Thema Transsexualität werben. Und genauso ist es mit diesen Problemen, die aufgrund nicht passender amtlicher Dokumente verursacht werden, weil sich die allermeisten cis-geschlechtlichen Menschen überhaupt keine Vorstellung machen, was das bedeutet. Ich kann ja in diesem Land, nennen wir mal einen Corona-Schnelltest machen. Ich kann in dem Land nicht einfach mal schnell einen Leihwagen mieten. Ich kann unter Umständen nicht einmal mein Kind zum Geburtstag ein Fahrrad schenken. Ohne, ohne dass ich erniedrigende Situationen erlebe, weil ich wildfremden Menschen meine Transgeschlechtlichkeit erklären muss. Ich habe in der Regel kein gesellschaftliches Problem. Die allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft sind in der Lage, mich als die Frau zu lesen, wahrzunehmen, die ich bin und entsprechend respektvoll behandeln. Aber jedes Mal, wenn ich meine Legitimität unter Beweis stellen muss, wenn ich meinen Personalausweis vorzeigen muss, gibt der das Bild von einem Menschen wieder und einen Namen von einem Menschen, der so eigentlich nie existiert hat. Und das führt dazu, dass ich dann zum Beispiel in so einem Leihwagenunternehmen an der Kasse stelle. Ich habe als Frau Tessa Ganser den Wagen gebucht und werde aufgefordert, Personalausweis und Führerschein vorzulegen und muss dann meine Transsexualität erklären. Also ich werde natürlich als Frau, als die Dame aufgerufen und muss dann mit dem Vorzeigen der Dokumente diese Situation erklären. Aber nicht nur diesem Menschen gegenüber, dem das schon eigentlich nichts angeht, sondern meistens noch im Beisein von unbeteiligten Dritten. Und es ist einfach erniedrigend. Das führt jedes Mal in Erklärungs- und Rechtfertigungssituationen, die einfach erniedrigend sind. Und das versteht man. Also das führt auf jeden Fall immer zu sehr viel Verwirrung. Und ich glaube, ihr Appell, dass man jetzt auch an die Pressekollegen und Kolleginnen, dass man ihren alten Namen, mit dem sie in den Bayerischen Landtag eingezogen sind, nicht mehr verwendet. Ich denke, dass man den hören sollte und dem auch genügen sollte. Aber vielleicht, wenn wir auf den Landtag nochmal zurückkommen, wie war denn da die Reaktion? Also kann man sagen, Sie werden heute oder Sie wurden danach auch mit sehr viel Respekt betrachtet. Ihnen wurde sozusagen da die Würde gegeben. Und wie hat sich die Landtagspräsidentin, Frau Aigner, da verhalten? Nun, mit Ausnahme der Rechtsaußenfraktion wurde ich von allen Kolleginnen der demokratischen Parteien sehr respektvoll empfangen und habe da einen, wie ich empfinde, total ungestärkten persönlichen Umgang mit meinen demokratischen KollegInnen. Aber ich erlebe heute dann diese schizophrene Situation, dass eine Ilse Aigner im persönlichen Umgang mit mir überhaupt kein Problem hat. Dass die CSU-KollegInnen mir teilweise noch in der Nacht, als der erste Artikel erschien, Respekt per die verschiedensten Kanäle gezollt haben und Unterstützung angeboten, dass die CSU im Deutschen Bundestag aber nicht in der Lage ist, dieses entwürdigende transsexuellen Gesetz abzuschaffen. Und das ist diese schizophrene Situation, dass ich in der Regel kein gesellschaftliches Problem habe, sondern ein juristisches, dass mich dieser Rechtsstaat einfach in meinem Geschlecht als der Mensch, der ich bin, nicht akzeptiert. Und so ähnlich waren auch die Kämpfe im Bayerischen Landtag. Das war über ein Jahr Prozedere, bis der Bayerische Landtag eben auch mich seit Mai letzten Jahres korrekterweise ausschließlich als Frau Tessa Gansrenden Veröffentlichungen führt. Es war eine lange Diskussion. Ich habe mich da, wie bei allen anderen Rechtsgeschäften, auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1996 berufen, in dem das Bundesverfassungsgericht nochmal deutlich gemacht hat, dass die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen eben wirklich untrennbarer Bestandteil des Selbstbestimmungsrechts ist und dass dieses von allen staatlichen Ebenen zu respektieren und zu wahren ist. Und zwar unabhängig, unabhängig von der amtlichen Personenstandsänderung. Also egal, was für Geschlechte meiner Geburtsurkunde eingetragen ist, bin ich und nach Bundesverfassungsgerichtsurteil habe ich das Recht, dass ich von allen staatlichen Ebenen eben mich in meiner Geschlechtlichkeit respektvoll behandeln zu lassen. Und das erlebe ich so. Ich habe in allen Versicherungen, in Verträgen, ob das Mobilfunk ist oder in Vereinsmitgliedschaften bis hin zur Krankenversicherung, überall meinen korrekten Namen stehen. Ich habe sogar eine weibliche Sozialversicherungsnummer. Ich habe sogar eine Urkunde der Regierung von Mittelfranken, in der ich als Frau Tessa Ganserer in den Naturschutzbeirat der Regierung von Mittelfranken berufen worden bin. Sogar in der Bayerische Landtag führt mich ausschließlich als Frau Tessa Ganserer. Nur nach dem Bundeswahlgesetz ist hier nach der Rechtsauffassung eben der Name so zu wählen, wie er im Melderegister eingetragen ist. Also es gibt Fortschritte, aber Sie müssen noch einige dicke Bretter da durchbohren. Aber die Tatsache, dass dieses Transsexuellengesetz in der letzten Legislaturperiode im Bundestag nicht geändert worden ist, hängt es auch damit zusammen, dass die Transsexuellen als Wählergruppe gelten, die eigentlich nicht relevant ist von der Zahl. Vielleicht können Sie mal kurz zu der Zahl was sagen. Wie viele Menschen sind eigentlich betroffen in Deutschland? Also das kann man so genau nicht sagen. Es gibt eine amtliche Statistik über die nach transsexuellem Gesetz vollzogenen Personenstandsänderungen. Die sagt aber nichts darüber aus, weil es wie bei mir so viele Menschen gibt, die in ihrem eigenen Geschlecht leben, ohne die amtlichen Dokumente bereits oder überhaupt geändert zu haben. Man geht von in etwa 1% der Bevölkerung aus, gibt unterschiedliche, neueste Studien, die gerade die Generation Z, also die unter 25-Jährigen befragt haben. Da haben knapp 4% angegeben, trans- oder non-binär zu sein. Aber es ist eine verhältnismäßig kleine Personengruppe. Die mag vielleicht wählerpotenzialmäßig nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Aber wissen Sie, Menschenrechte gelten universell und sind unteilbar. Und Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und Artikel 3, jeder ist vor dem Gesetz gleich, gilt für alle Menschen. Und egal, ob hier diese Grundrechte von 1 oder von 4% der Bevölkerung missachtet werden, sind es massive Grundgesetz- und Grundrechtsverletzungen, die in diesem Land stattfinden. Und ich meine heute gerade das Grundgesetz sollte Richtschnur und die Menschenrechte sollten Richtschnur für jede politische Entscheidung aller demokratischen PolitikerInnen sein. Haben Sie da die wesentlich größeren Gruppen der Spulen und der Lesben und der Bisexuellen auch voll auf Ihrer Seite? Das ist schwierig zu sagen, weil es so ist, dass es die eine Community nicht gibt, dass jede Gruppe ihre unterschiedlichen Herausforderungen, Bedürfnisse, Probleme hat. Dass zum Beispiel das Blutspendeverbot im Wesentlichen schwule und bisexuelle und transgeschlechtliche Männer diskriminiert. Und auf der anderen Seite das Abstammungsrecht, wonach lesbische Ehefrauen ihr gemeinsames Kind, die Mitmutter, das gemeinsame Kind adoptieren muss. Und in der Regel dann eben lesbische Frauen und nicht homosexuelle Männer diskriminiert. Es ist auch so, dass Menschen sich nicht einfach auf ihre sexuelle Orientierung oder ihre Geschlechtszugehörigkeit reduzieren lassen, sodass es mit Sicherheit auch in der queeren Community zum Teil bei lesbischen Frauen, aber auch bei homosexuellen Männern, wie eben im Rest der Bevölkerung zum Teil Vorbehalte gegen transgeschlechtliche Menschen gibt. Aber ich bin mir sicher, dass eben der Geist von Stonewall nach wie vor lebendig ist und bei emanzipatorischen Kämpfen und bei Forderungen nach gleicher Recht für alle der Großteil der Community wirklich geschlossen zusammensteht. Stonewall müssen Sie ganz kurz erklären. Stonewall, das war vor 52 Jahren in New York in der Christopher Street. Vor dem Stonewall Inn hatten sich das erste Mal queere Menschen gegen die Polizeiwillkür zur Wehr gesetzt. Es folgten mehrere Tage Straßenschlachten, bei der schwule Männer, lesbische Frauen, transgeschlechtliche Menschen mit Unterstützung von People of Color sich gegen die Polizeiwillkür zur Wehr gesetzt haben. Und das war wirklich der Ausgangspunkt für die weltweite queere Menschenrechtsbewegung. Wird heute noch wirklich rund um die Welt in allen Ständen mit dem Christopher Street Day begangen. Ja, bevor wir den Kollegen dann auch Gelegenheit zu ein paar Fragen geben, vielleicht noch eine private Frage an Sie. Sie sind ja verheiratet, haben zwei Kinder. Wie hat Ihre Frau, sie wusste ja auch lange Jahre nichts davon, dass Sie unter solchen Qualen gelitten haben. Wie hat Ihre Frau auf Ihr Outing reagiert und wie steht sie heute dazu? Also die Geschichte ist auch schon hunderttausendmal erzählt und das sind genau die Punkte, wo ich mir denke, so irgendwann hat man halt dann auch keine Lust, die privaten Lebensgeschichten hunderttausendmal zu erzählen. Aber es ist auch kein Geheimnis. Das Private ist politisch. Wir sind nach wie vor verheiratet und da hat sich auch daran nichts geändert. Toll. Und Ihre Frau, kann man sagen, sie ist ja auch bei den Grünen aktiv. Sie unterstützt Sie da auch voll in dem Bestreben auch nach Berlin zu gehen und im Bundestag da neue Mehrheiten zu finden. Klar, also wenn man verheiratet ist, trifft man solche Entscheidungen, die ja auch Auswirkungen auf das ganze Lebensumfeld hatten, natürlich nicht alleine. Also es war schon auch in guter Absprache mit der Familie, diese Entscheidung nach Berlin zu gehen. Ich habe mich zunächst einmal ein bisschen schwer getan, weil ich meine, gerade auch der Bayerische Landtag hat Farbkleckse dringend notwendig. Und Bayern ist ja auch das einzige Bundesland, das keinen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, um Akzeptanz für queere Menschen zu fördern, verabschiedet hat. Aber nachdem so viele Menschen mich immer wieder darauf angesprochen haben und nachdem die Gesetze, die diskriminierenden Gesetze wie das transsexuelle Gesetz eben bundespolitische Gesetze sind und ich mehrmals auch aus der Community, also nicht nur mehrmals, sondern immer wieder die Aufforderung erhalten habe und es absehbar war, dass in dieser Legislaturperiode es zu keinen wesentlichen Reformen kommt, ist für mich dann der Entschluss gefallen, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Gut. Gibt es Fragen von den Kollegen hier erstmal? Bitte? Ja, bitte ganz laut sprechen, ja. Simon Zubach von der BILD München, kennen Sie schon, von der BILD Nürnberg, ich soll Ihnen liebe Grüße von Thorsten Huber. Ah, danke schön. Was sind die drei wichtigsten Punkte auf Ihrem Zettel, die Sie am Bundestag angehen werden? Also für mich das Wichtigste ist eben die rechtliche Gleichstellung, wirklich in allen Bereichen und da spreche ich explizit nicht nur das transsexuelle Gesetz an, sondern auch die bereits genannten Punkte, Blutspendeverbot für schwule Männer, das Abstammungsrecht, wo lesbische Frauen diskriminiert werden, transsexuellen Gesetz, das ist ein Bereich. Der zweite ist, wir können gesellschaftliche Akzeptanz nicht per Gesetz verordnen. Wir können für rechtliche Gleichstellung sorgen im Deutschen Bundestag per Mehrheitsbeschluss, aber wir können gesellschaftliche Akzeptanz nicht im Bundestag beschließen. Und es ist nach wie vor so, dass wir in Teilen dieser Bevölkerung nicht nur Unwissenheit und Vorbehalte haben, sondern richtig gehende Schwulen- und Transfeindlichkeit. Und dagegen hilft nur Aufklärung und Akzeptanzarbeit. Und deswegen braucht es als zweite Maßnahme ganz dringend auch einen bundesweiten Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Der muss auch mit finanziellen Mitteln unterfüttert werden, weil diese Akzeptanzarbeit, dafür braucht es personelle und finanzielle Ressourcen. Und der dritte Punkt ist, den Menschen, die Benachteiligung erfahren anhand von gruppenbezogenen Merkmalen, denen muss zu ihrem Recht verholfen werden. Und es trifft in dem Punkt eben nicht nur queere Menschen. Wir haben das allgemeine Gleichstellungsgesetz, das vor Diskriminierung anhand von gruppenbezogener Merkmale schützt. Also aufgrund von Abstammung, von Religionszugehörigkeit, von sexueller Orientierung, von Geschlechtszugehörigkeit. Nach wie vor ist es aber so, dass sehr viele Menschen, ja auch Menschen mit Migrationshintergrund, Diskriminierung erfahren. Und diese Diskriminierungserfahrungen ziehen sich wie roter Faden durch alle Lebensbereiche. Und deswegen muss den Menschen, die Benachteiligung erleiden, auch geholfen werden, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und auch das eine Baustelle, die in dieser Legislaturperiode nicht angegangen wurde, trotz massiver Kritik, dass das allgemeine Gleichstellungsgesetz reformiert, erweitert, verschärft wird. Es gilt momentan nur für den privaten Geschäftsverkehr. Also staatliche Diskriminierung, davor schützt das allgemeine Gleichstellungsgesetz nicht. Deswegen gehört das nachgebessert. Und auch hier, das gibt regelmäßig diese Meldungen, dass die Bundesantidiskriminierungsstelle, die solche Fälle annimmt, wie zum Beispiel, ich kenne privat einen sehr konkreten Fall, wo ein Mensch aufgrund seiner Behinderung von einer Versicherung ausgeschlossen wurde. Und diese Person wäre niemals in der Lage gewesen, sich selber rechtlich zu wehren. Mit einem kurzen Schreiben an die Antidiskriminierungsstelle erfolgte eine klare Stellungnahme, auch gegenüber der Versicherung. Und ohne großen Aufwand und ohne Rechtsstreit hat diese Person ihre Versicherung bekommen. Und es gibt so viele Fälle, wo Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung im Beruf benachteiligt werden. Oder zum Beispiel keine Wohnung bekommen und dergleichen. Und deswegen muss dieses allgemeine Gleichstellungsgesetz verbessert und auch die Antidiskriminierungsstelle personell aufgestockt werden. Diese drei Bereiche. Sie kandidieren für die Grünen. Ist das sozusagen, dass es die erste transsexuelle Landespolitikerin in dem Parlament gibt bei den Grünen? Ist das ein Zufall? Oder wäre sowas auch so eine Karriere, so ein Auftreten, so ein Outing auch bei der CSU möglich? Wir haben ja den Christopher Street Day, wo die CSU-Politiker auch schon auf einzelnen Wägen mitfahren. Markus Söder hat sich bei der Fußball-Europameisterschaft auch sehr stark dafür ausgesprochen, dass das Stadion in Regenbogenfarben beleuchtet wird. Sehen Sie da große Fortschritte inzwischen auf der konservativen Seite auch? Also vielleicht nochmal Randnotiz, um keine Geschichtsklitterung zu betreiben. Ich bin definitiv die erste Politikerin, die sich während ihrer Amtszeit als trans geoutet hat und in der aktiven Amtszeit ihre Transition begonnen hat. Es sitzt bis dato, kurz nach meinem Coming-out, wurde eine transgeschlechtliche Frau, geoutete transgeschlechtliche Frau für die Linke in die Bremer Bürgschaft gewählt. Die möchte ich nicht unerwähnt wissen. Und ebenso Christian Schenk, ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages, der zunächst für die Grünen, später für die PDS im Deutschen Bundestag saß und der am Ende seiner Amtszeit, also bei seiner letzten Plenardiskussion oder Plenarredebeitrag, sich als trans geoutet hat, aber seine Transition dann erst im Privatleben vollzogen hat. Das möchte ich erwähnen. Es gibt auch bei der CDU ein paar einzelne transgeschlechtliche Menschen, die zum Teil in anderen Bundesländern für Kommunalparlamente kandidiert haben. Und das bestätigt mich heute, Menschen lassen sie heute nicht allein auf ihre Sexualität oder Geschlechtlichkeit reduzieren. Deswegen findet man die Menschen, queere Menschen auch in allen Parteien. Warum ist das jetzt so bei den Grünen? Naja, es ist schon ein Unterschied, wie die Parteien dann für gesellschaftlichen Fortschritt stehen. Es gibt ja eine lesbische Frau bei der AfD im Deutschen Bundestag. Und das hindert diese Partei aber nicht daran, wirklich bei jeder Gelegenheit gegenüber queere Menschen zu wettern und ihren menschenverachtenden Hass gegen alles, was nicht der Norm entspricht, zu verbreiten. Sie meinen Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende, die mit ihrer Lebensgefährtin in der Schweiz zusammenlebt und Kinder hat. Also es lassen sich überall finden, aber ich denke, der Großteil der queeren Community weiß sehr wohl, welche Partei wirklich geradlinig, aufrichtig und mit Überzeugung für die Rechte von queeren Menschen eintritt und welche Parteien nicht. Bei mir waren es vor jetzt schon 24 Jahren, fast 24 Jahren, waren es nicht nur gesellschaftspolitische Themen, sondern vor allem auch die ökologischen Themen, die mich bewogen haben, bei den Grünen Mitglied zu werden. Aber was schon bezeichnend ist, ich bin heute keine Eintagsfliege. Also es wird mit Sicherheit neben mir meine geschätzte Kollegin Niki Slavik aus Nordrhein-Westfalen in den Deutschen Bundestag einziehen. Und bei den momentanen Umfragen sind seit Monaten stabil, wo wir in Bayern 30, vielleicht einmal knapp unter 30, meistens sogar über 30 Mandate bescheinigt bekommen, wird mit Viktoria Brossat auf Platz 25 eine dritte transgeschlechtliche Frau und mit Platz 30 unter Umständen sogar als vierte im Bunde Armee Lanzinger eine non-binäre Person für die Grünen in den Deutschen Bundestag einziehen. Was eben zeigt, ich bin da keine Eintagsfliege, ich bin da nicht irgendwie ein Aushängeschild, sondern wir haben hier auf den verschiedensten Ebenen sehr viele queere Menschen und auch geoutete transgeschlechtliche Personen in unserer Partei. Und in der Deutlichkeit sehe ich das bei anderen Parteien nicht. Aber das, denke ich, hat heute aufgrund, oder der Grund dürfte heute dann auch die politische Arbeit sein. Ich denke, so sieht auch ein bisschen gesellschaftlicher Fortschritt aus. Denn wenn man nominiert wird als Kandidatin, braucht man ja Mehrheiten. Und die Tatsache, dass Sie da Wahlkreiskandidatin geworden sind und einige andere, die auch transsexuell sind, zeigt ja, dass da Vertrauen da ist und Akzeptanz. Und nicht nur Akzeptanz, nicht nur Tolerierung, sondern dass das eben auch Teil eines modernen Politikkonzeptes ist, dass man sozusagen auch alles abdecken möchte. Ja, und ich denke auch so, also wir vier zusammen zeigen halt, dass wir eben auch uns nicht nur auf das Thema Queer reduzieren lassen, ja. Also Niki Slavik, die seit vielen Jahren auch sehr engagierte Klimaschutzpolitikerin ist, Viktoria Brossard, die sich, wie ich, auch sehr stark in der Verkehrspolitik beschäftigt, mit Armee Lanzinger, mit gewerkschaftspolitischen Themen, so dass wir eben auch, denke ich, in der Summe deutlich machen, dass es hier uns nicht nur um queere Rechte geht, sondern dass wir auch in allen anderen politischen Themen aktiv und sattelfest sind. Ja. Gibt es weitere Fragen? Bitte? Ja. Patrick Geiden von Stuttgarter Zeit und Stuttgarter Nachrichten. Ich habe eine Faktenfrage, Sie sagten, bei diesen alltäglichen Diskriminierungserfahrungen mit Wagenbeständen und so weiter, also ist es so, dass Sie weiterhin in Ihrem Personalausweis zum Beispiel als fälschlicherweise als Mann geführt werden? Also im Personalausweis steht ja nicht das Geschlecht, aber es ist ein Foto und es ist ein Vorname und der impliziert ja eine Geschlechtszugehörigkeit. Und es ist in der Tat so, weil, wissen Sie, ich werde verspottet, ich werde beleidigt und ich werde aufgrund meiner Transgeschlechtlichkeit auch gelegentlich bedroht. Ich erleide diese und ertrage diese Erniedrigungen, aber ich lasse mir meine Menschenwürde nicht nehmen. Und ich werde eben nicht psychologische Gutachten über mich ergehen lassen, nur dafür, dass der Staat mich so akzeptiert. Nach transsexuellem Gesetz sind für die Personenstandsänderung ein Antrag bei Gericht notwendig, ein umfassender Translebenslauf und zwei psychologische Gutachten, die die transgeschlechtlichen Menschen auch noch selber zahlen müssen. Und das ist für mich ein klarer Verstoß gegen meine Menschenwürde, das ist ein klarer Verstoß gegen mein grundgesetzlich geschütztes Selbstbestimmungsrecht. Und ich finde auch eine rechtliche Ungleichbehandlung, weil Sie von Stuttgarter Zeitung, ich möchte gleiche Rechte für alle und wissen Sie, ich verstehe heute nicht, dass eine SPD-Bundestags, jetzt SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier, Name dürfte Ihnen Begriff sein, ihren Vornamen hat ändern lassen. Bericht von der Stuttgarter Nachrichten, 1. Februar 2017 wurden das veröffentlicht, weil da eben ihre Kandidatur für den Deutschen Bundestag anstand. Und die hat die amtliche Vornamensänderung bekommen, ohne psychologische Gutachten. Und die Begründung war, wie abgedruckt, dass Magdalena Breymaier, so hieß sie eigentlich in Wirklichkeit, aber seit vielen Jahren als Leni Breymaier bekannt war. Und sie möchte eben vermeiden oder wollte vermeiden, dass Magdalena Breymaier auf dem Stimmzettel steht, weil es hätte wohl einige WählerInnen sicherlich verwirrt. Und transgeschlechtliche Menschen müssen für die Vornamensänderung psychologische Gutachten ergehen lassen. Das ist für mich ein klarer Verstoß gegen meine Grundrechte und deswegen mache ich das nicht mit. Aber mit dem Deadnaming auf dem Wahlzettel ist für mich einfach das Maß an erträglichen Erniedrigungen weit überschritten, weshalb ich jetzt mit Unterstützung einer Anwältin einen Antrag beim Amtsgericht Nürnberg auf Personenstands- und Vornamensänderung nach dem transsexuellen Gesetz gestellt habe, aber explizit ohne diese Zwangsbegutachtungen. Weil erstens nach unserer Auffassung diese Zwangsbegutachtungen grundgesetzwidrig sind und zweitens, wofür denn? Also gerade in meinem Fall, was sollen denn die Gutachten bestätigen, dass ich transsexuell bin? Das ist eine Nachricht, die die ganze Welt, die vor zweieinhalb Jahren schon um die Welt ging. Also in meinem Fall könnte dieses Gutachten auch nichts Neues an Erkenntnisse bringen, als das, was die ganze Welt schon seit zweieinhalb Jahren weiß. Aber um kurz und bündig zu sagen, ja, es ist so, dass meine amtlichen Dokumente eben aufgrund dieses entwürdigenden Gesetzes noch nicht richtig gestellt sind. Was auch dazu führt, dass ich kein Visum beantragen kann. Also Sie können nicht in bestimmte Länder dann weisen? Ich kann nicht, ich kann nicht, weil ich eben nichts für Menschen erledigen kann, der nicht existiert, den es so gesehen nie gab. Ich würde mir lieber die linke Hand abhacken als Linkshänderin, die linke Hand, als dass ich meinen alten falschen Vornamen noch einmal irgendwo hinschreibe. Ich kann keinen Antrag auf einen Menschen ausfüllen, den es nicht gibt, der ich nicht bin. Was eben dazu führt, dass ich dann ein Auto buche, korrekterweise auf mich, Frau Tessa Ganserer, aber amtliche Dokumente, meine Identität so nicht wiedergeben. Und genau solche Probleme habe ich bei Visum oder irgendwelchen anderen scheinbaren Banalitäten, wo Sie nur Ihren Personalausweis vorzeigen müssen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, diese Begutachtung, wie die in der Realität abläuft, welche Fragen da gestellt werden. Das sind ja doch oft Fragen aus dem wirklich sehr, sehr intimen Bereich. Also vielleicht da einfach auch noch mal zur Geschichte. Ich denke, das ist einfach wichtig, um zu verstehen, woher das kommt. Das Phänomen der Transgeschlechtlichkeit ist mit Sicherheit so alt, wie die menschliche Kultur, wie die Menschheitsgeschichte. Es gab es in allen Kulturkreisen, von den Völkern Asiens bis zu den Native Americans, es gab es doch alle zeitliche Epochen. Nur irgendwann hat gerade die westlich-christliche Kultur angefangen, Transgeschlechtlichkeit zu verpönen, zu stigmatisieren und transgeschlechtliche Menschen an den Rande der Gesellschaft zu drängen. Und mit zunehmender Formalisierung und amtlichen Dokumenten wurde es dann zunehmend schwieriger. In den 20er Jahren hat Magnus Hirschfeld, großer deutscher Sexualforscher, das eben erkannt, als einer der Ersten, also deutlich formuliert, diese Erkenntnis, dass sich Geschlechtlichkeit eines Menschen eben nicht anhand von körperlichen Merkmalen, auch nicht anhand von Hormonstatus, von Chromosomen festlegen lässt, sondern im Wesentlichen ein untrennbarer Bestandteil unserer Persönlichkeit. Über unser Geschlecht können wir nur selber Auskunft geben. Das kann kein anderer Mensch festlegen, das kann kein anderer Mensch diagnostizieren. Seine Erkenntnis war, denen Menschen ist nur dann geholfen, wenn man sie einfach so akzeptiert, wie sie sind. Und das war eine kurze liberale Zeit in der Weimarer Republik, vor allem in den Großstädten wie Berlin, wo transgeschlechtliche Menschen auch in der Öffentlichkeit plötzlich mehr oder weniger frei leben konnten. Damals war das Tragen der gegengeschlechtlichen Kleidung noch Erregung öffentlichen Ärgernisses und Stand unter Strafe. Magnus Hirschfeld hat damals einen sogenannten Transvestitenschein erwirkt, den er ausgestellt hat und wo eben auch Transmänner in Männerkleidung in der Öffentlichkeit als Mann leben konnten, ohne irgendwo öffentlich belangt zu werden. Aber die NS-Zeit hat das alles wieder zunichte gemacht und die gesellschaftliche Stigmatisierung ging in der deutschen Nachkriegsgeschichte weiter. Transgeschlechtliche Menschen wurden nicht anerkannt, wurden in ihrem Geschlecht nicht anerkannt. Es gibt Gerichtsurteile, wonach sie beim Arbeitsgericht nicht vermittelbar galten und auch deswegen keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten. Und damit wirklich an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Es gab dann in den 60er Jahren die ersten Operationen. In Casablanca war ein Arzt, der geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt hat. Also Lilli Elbe wurde schon in den 20er Jahren operiert, aber das ging in der Nachkriegsgeschichte dann zunehmend rasant weiter, dass sich die medizinischen Fortschritte, geschlechtsangleichende Operationen deutlich verbessert haben. Die Zahl der Menschen, die solche Operationen in Kauf genommen haben, deutlich gestiegen. Aber es gab lange Zeit keine Anerkennung, trotz vieler Versuche Betroffener. Bis dann in der Psychologie, und ich denke so führend war Benjamin, ein Psychologe aus der USA, der den Terminus Transsexualität geprägt hat, eine gewisse medizinische Unterstützung transgeschlechtlicher Menschen herbeigeführt hat, allerdings zu einem sehr hohen Preis. Nach Benjamin wurde eben unterschieden, wer transsexuell genug ist, um als psychisch Kranker gesellschaftliche und gesundheitliche Anerkennung und Unterstützung zu bekommen. Und andere wurden dann nur in dem Bereich des Perversen abgestempelt und damit haben sie noch eine größere gesellschaftliche Stigmatisierung erlitten. Und das, glaube ich, war so die Auslöser, diese Haltung der Psychologie. Ja, transgeschlechtliche Menschen, die kann man nicht heilen, die kann man nur anerkennen, aber unter dem hohen Preis der Psychopathologisierung, unter dem Preis des Statuses von psychisch Gestörten und unter dem Preis, dass zwischen transgeschlechtlichen Menschen unterschieden wurde. Und das, glaube ich, war mit Grundlage für dieses transsexuellen Gesetz, das eine geschlechtsangleichende Operation zwingend vorgesehen hat, weil ja nichts sein kann, was nicht sein darf. Was ja unbeheuer brutal ist. Ja, was Menschen einfach in ihren Grundrechten auf körperliche Unversehrtheit einschränkt. Aber auch unter dem Preis, man muss unterscheiden zwischen echten transsexuellen und vermeintlich psychisch anderweitig Gestörten und diese Psychopathologisierung in Kauf nehmen mussten für die staatliche Anerkennung. Und dementsprechend ist heute auch in der Psychologie, wird in der Grundausbildung, in den Studiengängen viel zu wenig darüber gelernt. Viele Psychologen tun sich das auch nicht an, nehmen transgeschlechtliche Menschen gar nicht auf. Und bei anderen ist heute dann immer noch die Anleitung, also fordern teilweise auch die Krankenkassen mit ihren Gutachten, dass sie sozusagen die Ernsthaftigkeit überprüfen und unter Beweis stellen müssen. Und das geht heute mit abstrusesten Sachen. Und das, also ich möchte da nicht den ganzen Berufsstand der Psychologen und Psychotherapeuten diskreditieren. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Respektvolle. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele, die für transgeschlechtliche Menschen eine ganz große Unterstützung sind. Aber Fragen, die in zu vielen Gutachten immer wieder auftauchen, also dieser Translebenslauf, kommen dann Fragen, wann hatten sie denn das erste Mal, wann haben sie sich zuerst selbst befriedigt? Wann hatten sie das erste Mal Sex? Mit wem hatten sie das erste Mal Sex? Mit einem Mann oder mit einer Frau? Stehen sie auf Anal Sex? Welche Fantasien haben sie dabei? Tragen sie damit dabei auch Damenunterwäsche? Was für Hobbys haben sie denn? Also sie da vorne, das sind aber echt keine weiblichen Hobbys. Und ziehen sie sich doch bitte einmal aus. Ziehen sie einmal ein Pullover aus. Also mit so wirklich Männer-untypischen Hobbys und mit ihren ganzen Auftreten. Kann ich sie beim besten Willen einfach nicht als Mann wahrnehmen und dergleichen. Also da passieren heute sehr oft wirklich massive Grenzüberschreitungen und es sind heute wirklich intimste Fragen. Also selbst wenn die respektvoll gefragt werden, wenn sie einen Translebenslauf schreiben müssen, wann, wo mit sexuellen Orientierungen, mit ihren sexuellen Fantasien, das Privatleben, das Verhältnis zu Eltern analysiert wird, die Schulnoten analysiert werden, nur damit der Staat sie so akzeptiert, wie sie sind. Das ist halt einfach wirklich entwürdigend verletzend. Und um wirklich auch den Berufsstand der Psychotherapeuten zu rehabilitieren, ich weiß sehr wohl um die wohlwollende Unterstützung, weil eben auch die Psychotherapeuten seit vielen Jahren sagen, die Menschen, die solche Gutachten ausstellen, und sagen, das bringt nichts. Das bringt nichts. Weil sie können als Gutachter auch nur das niederschreiben, was der Mensch von sich selber eben bereit ist mitzuteilen und was der Mensch von sich selber auch sagt. Und wenn ich als transgeschlechtliche Frau sage, ich bin Frau, kann der Gutachter das ja nicht irgendwie überprüfen. Es gibt ja keine Blutwerte, ich habe nirgends irgendwo ein Mascherl oder ein Stempel dran, wo man das irgendwie nachweisen oder überprüfen könnte. Deswegen sagen die Psychotherapeuten, und deswegen behandeln ja die allermeisten transgeschlechtlichen Menschen auch sehr rücksichtsvoll und sehr verständnisvoll. Aber diese Abhängigkeitssituation, das ist halt einfach dieses Entwürdigen. Das haben wir verstanden. Und die Abhängigkeitssituation, dass über sie geurteilt wird. Dass Herr Richter entscheidet. Und dass eben auch da Klischees, auch immer noch bei manchen Therapeuten zumindest, da eine große Rolle spielen. Also das ist, das versteht glaube ich jeder, wenn man sich mal ein bisschen in sie hineinversetzt, dass das entwürdigend ist. Kommen wir mal ganz kurz zur Politik noch. Markus Söder hat gerade vor ein paar Tagen einen schönen Satz gesagt, nur die Liebe zählt. Also es zählt nicht, ob ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau, eine Frau oder, oder hat sicherlich auch die Transsexuellen da mit gemeint. Das ist doch eigentlich ein wunderbarer Satz. Und da müssen Sie doch froh sein darüber. Jetzt könnten Sie mal Markus Söder loben. Sie wären ja, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat geworden wäre und dann wäre er ja in Ihrem Wahlkreis gegen Sie angetreten. Ich bin in Bayern geboren und lebe seit Jahren wirklich gerne in der Frankenmetropole und beide Stämme eine Grundeinstellung. Nicht geschimpft ist Glob nur und es gilt insbesondere gegenüber der CSU. Aber in dem Fall hat Markus Söder einfach auch kein Lob verdient. Im Gegenteil, weil die Worte, die vernehme ich gern, nur allein es fehlt heute an den Taten. An den Taten sollten sie gemessen werden. Und wenn ein Markus Söder sich beim UEFA-Spiel Deutschland gegen Ungarn mit der Regenbogenfahne in der Arians Alena abrichten lässt, dann ist das für mich an wirklich Scheintoleranz, die da abgebildet wird und zur Schau getragen wird, einfach nicht mehr zu überbieten. Weil das muss man wirklich einmal sauber auseinanderlegen, was da passiert ist. Der Münchner Stadtrat da drüben hat mit guter Absicht und mit dieser Forderung ein politisches Zeichen setzen wollen gegen die menschenrechtsverletzende Politik von Viktor Orban in Ungarn. Und mit dem Nein der UEFA ist aber diese Debatte um die Menschenrechtsverletzungen in Ungarn die Diskussion sehr schnell in das Thema Akzeptanz im Sport gerückt. Und ich finde es einfach scheinheilig von einem Markus Söder, sich dann mit der Regenbogenfahne zu präsentieren und damit bewusst von der politischen Debatte um die Menschenrechtssituation in Ungarn abzulenken, nachdem gerade die CSU, Viktor Orban, über Jahre lang hofiert hat, nachdem sie mit dem Antidemokraten über Jahre im Europaparlament gemeinsame Sachen gemacht haben, nachdem Bayern nach wie vor intensivste wirtschaftliche Beziehungen mit Ungarn hegt, hat Markus Söder diese Politik von Viktor Orban öffentlich bisher noch nicht einmal deutlich kritisiert. Aber dann ist es fein, sich als vermeintlich guter, moralisch überlegener gegenüber der UEFA zu präsentieren und gleichzeitig lenkt er von der politischen Untätigkeit der CSU im Deutschen Bundestag und der CSU-Söder-Regierung hier in Bayern ab. Die ganzen Gesetze, transsexuellen Gesetze, alles in den letzten Monaten wurden von der Opposition mehrere Initiativen ergriffen und alle wurden mit den Stimmen der CDU, CSU abgeschmettert. Und Bayern ist nach wie vor das einzige Bundesland, das keinen Aktionsplan hat. Wir haben in so vielen Bereichen, wir haben das als grüne Landtagsfraktion Umfrage dazu gemacht, nachdem jeder zweite queere Mensch in den letzten drei Jahren in Bayern mindestens einen Lebensbereich Diskriminierung erfahren hat. Und das zieht sich durch, wie roter Faden, von der Schule über die Arbeitswelt, über den Wohnungsmarkt bis hin bis Gesundheits- und Pflegebereiche erleben queere Menschen auch heute noch regelmäßig Diskriminierungen. Und da so zu tun, als mir konnte auch jeder so leben, wie er möchte, das ist lieb und nett. Aber ich darf heute gegenüber den nach wie vor vorherrschenden Diskriminierungen in meinen Augen verschließen. Und das tut aber Markus Söder. Und deswegen nehme ich das ihm nicht glaubhaft ab. Deswegen ist es für mich in meinen Augen einfach nur Scheintoleranz, was hier vorgelebt wird. Sie halten ihn für opportunistisch. Andere sagen vielleicht, er ist vielleicht lernfähig auch. Und jedenfalls... Es ist, glaube ich, erst mal eine entsprechende parlamentarische Beschlüsse herbeigeführt werden. Ja. Also eine Politikerin, die Ihnen deutlich besser gefallen müsste, ist ja Petra Kelly gewesen. Das war die letzte Nürnbergerin, die für die Grünen im Bundestag saß. Und Petra Kelly hat ja dieses Wort mal geprägt, wir sind die Antiparteipartei. Das hat sich schon geändert. Die Grünen sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und von einigen werden sie schon auch fast als konservative Kraft, da als bewahrende Kraft wahrgenommen. Nun, wenn der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen konservativ ist, dann bin ich in gewisser Weise ist ja eben auch konservativ. Das würde mich jetzt nicht weiter stören. Ohne jeden Zweifel haben die Grünen in den letzten Jahrzehnten durch den Marsch der, durch die Instanzen einen gewissen Wandel vollzogen, der, glaube ich, aber einfach notwendig ist. Also die Erkenntnis, um was zu verändern, muss man eben auch bereit sein, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das, glaube ich, war der einzig logische und richtige Schluss im Wandel der Parteigeschichte. Aber um jetzt nochmal Petra Kelly zurück. Also ich kenne Petra Kelly nicht aus persönlichen Erfahrungen. Da bin ich viel zu jung dafür. Ich kenne sie nur aus Zeitdokumenten, aus Büchern oder vom Hörensagen, von alten ParteifreundInnen. Und ich habe diese Frau für ihre Leidenschaft, für ihre ungeheure Energie, für ihre Geradlinigkeit immer bewundert. Aber ich glaube, das wäre jetzt vermessen, mich mit Petra Kelly irgendwie zu vergleichen oder zu messen. Das sollte man nicht tun, aber sie stehen da zumindest parteiintern in einer gewissen Tradition und Leidenschaft für die Sache, das kann man ihnen ja auch nicht absprechen. Also sie sind da bundesweit auch die bekannteste Symbolfigur und sind ja auch queerpolitische Sprecherin, obwohl sie ja eigentlich studierte Försterin sind. Also sie sind ja eigentlich sowas wie die Petra Wohlleben der Grünen. Wie die Tessa Wohlleben. Also ja, ich habe leidenschaftlich fünf Jahre lang für die Grünen Wald- und Forstpolitik machen dürfen. Ich brenne für die Verkehrsthemen, umweltfreundliche Mobilität. Ich bin nach wie vor und war in dieser Legislaturperiode und bin es bis zu, wenn es denn die WählerInnen so wollen, bis zur Bundestagswahl auch stellvertretende Ausschussvorsitzende für Fragen des öffentlichen Rechts. Und ich würde auch liebend gern, also ich würde mich freuen, wenn es so ein Medieninteresse zum Beispiel für Themen wie das allgemeine Gleichstellungsgesetz für den öffentlichen Dienst im Freistaat Bayern, wo wir aus Opposition jahrelang Verbesserungen moniert haben, weil von Gleichstellung zwischen Mann und Frau, zwischen den Geschlechten und dem öffentlichen Dienst nach wie vor nicht die Rede sein kann, wo ich erwirkt habe, dass wir jetzt im Herbst große Anhörungen haben. Das Thema Personalvertretungsgesetz, gute Arbeitsbedingungen, ist für mich nicht nur gute Besoldung, sondern eben auch wirklich gute Mitspracherechte, wo Bayern in der Besoldung top bei den Mitsprachenrechten flop ist, wo wir jetzt vor wenigen Wochen eine Anhörung im Bayerischen Landtag hatten, wo wir weiter drauf drängen werden. Und ich der Hoffnung bin, dass die CSU das jetzt wirklich erkannt hat, dass hier die Mitspracherechte im öffentlichen Dienst auch, nachdem auch der Bund sein Gesetz reformiert hat, endlich einmal auch in Bayern modernisiert und erweitert werden müssen. Da könnte ich gerne auch stundenlang drüber diskutieren. Es ist nur so, ich bin gleich fertig mit dem Punkt, mir war klar, dass ich immer wieder auf meine persönliche Geschichte zurückkommen werden muss, immer darauf angesprochen werde. Und nachdem sich da bei mir so viel aufgeschaut hat, war es mir heute auch wichtig, eben diese öffentliche Aufmerksamkeit, die mir zuteil wird, eben auch dafür zu nutzen, um auf die Problemlagen hinzuweisen. Weil es ist bei weitem nicht so, dass ich die erste Person bin. Ich habe erst vor ein paar Tagen nochmal geschrieben gekriegt, es sind mehrere Menschen, die mir jetzt eben mitgeteilt haben, dass sie eben vor der gleichen Situation standen, dass ihr den auf dem Wahlzettel stand, beziehungsweise hätte stehen müssen. Und war es von mindestens einer Person, die deswegen ihre Kandidatur zurückgezogen hat. Nur über diese Menschen und über diese Schicksale und genau die gleichen Probleme hat man öffentlich überhaupt nichts vernommen. Deshalb haben Sie so eine wichtige Stellvertreterfunktion und ich denke, dass da viele Leute aus ihrer Community da wirklich auf sie zählen. Und das ist aber auch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich einfach für Menschen, die jetzt nicht direkt betroffen sind, einen Wert hat. Gibt es weitere Fragen noch hier? Sehe ich jetzt nicht. Vielleicht können Sie zum Schluss nochmal sagen, Frau Ganserer, wie glücklich sind Sie bisher mit dem grünen Wahlkampf? Also Sie waren eine Zeit lang, lagen Sie sogar vor der Union, auch als Frau Baerbock nominiert wurde als Kanzlerkandidatin. Danach gab es Pleiten, Pech und Pannen. Es knirscht, es ächzt manchmal der Wahlkampf. Er kommt nicht so richtig voran. Haben Sie einfach die falsche Kandidatin gewählt? Ach, das war für uns klar, dass diese super Umfragewerte nach der Kandidatur von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin erst einmal eine Momentaufnahme sind und dass es bis zum Herbst, vom Mai bis zum Herbst ein langer Sommer wird und jede Menge Arbeit. Und dass uns dabei der Wind auch ordentlich um die Nase wehen wird. Nichtsdestotrotz sind wir die Partei, die über Themen sprechen. Die Partei, die es nicht notwendig hat, andere zu diskreditieren. Und man sieht heute, auch die Umfragewerte, die gingen ein bisschen runter, jetzt stabilisieren wir uns wieder. Die CSU, die kurz einmal ein bisschen profitiert hat, die Werte von Laschet sind am sinken und zeigt heute deutlich, dass wir gradlinig für unsere Themen einstehen, dass auch solche Negativkampagnen, wie sie gerade stattfinden, uns nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil, dass wir dafür noch engagierter für unsere grünen Themen eintreten werden. Es sind noch sechs Wochen bis zur Wahl und dann werden wir sehen. Aber so schlecht, finde ich, läuft es bisher nicht. Es ist nur ein bisschen was aufzuholen. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall das beste Ergebnis der grünen Geschichte. Und ich denke so, dass wir hier bisher sehr gute Politik gemacht haben, immer einen sehr guten Wahlkampf so weit hinklickt. Und so machen wir noch sechs Wochen weiter und dann werden wir sehen. Und die Grünen sind ja speziell in den Großstädten auch sehr stark. Bei der Landtagswahl haben Sie ja hier auch der CSU Mandate abgenommen. Und in Nürnberg, haben Sie eine echte Chance, das Direktmandat auch zu holen? Also das war bei der Landtagswahl auch in greifbarer Nähe, auch wenn es keiner glaubt hat zunächst. Es haben wir bei der Landtagswahl, ich glaube, 1,7 Prozent zur Kollegin von der CSU gefehlt. Und das heißt, wenn wir im Vergleich zur Landtagswahl bei 17,8 Prozent nur ein paar Prozent zulegen, dann ist auch bei der Bundestagswahl das Mandat, Direktmandat in Nürnberg in greifbarer Nähe. Das wird man sehen. Die nächsten sechs Wochen sind heute jetzt wirklich entscheidend, diese Umfragen in Wahlergebnisse umzumünzen, die Menschen wirklich auf der Straße anzusprechen, zu mobilisieren und dazu zu bewegen, dass sie dann auch ihre Stimme für uns, für mich abgeben. Und letzte Frage, nützt oder schadet Ihnen Ihre Geschichte, Ihre Bekanntheit, Ihre Publizität? Weil es gibt ja einfach Menschen auch, die können nichts damit anfangen, also mit Transsexuellen, die haben da Berührungsängste. Also ich sehe es ja, das ist eben ein gesellschaftliches Problem, dass wir in Teilen rund 20, 25 Prozent, 30 Prozent regelrechte Vorurteile bis Abneigungen haben. Bei gleichgeschlechtlicher Liebe, also gegenüber homosexuellen und lesbischen Frauen, ist die Akzeptanz einen deutlichen Tick größer. Wir haben einen Haufen Diskriminierungen, aber der weit überwiegende Teil ist ja sehr, sehr offen. Und ich glaube, ein Grundverständnis für das Thema, für die Probleme hat jeder Mensch, weil das Schlimmste, das Schlimmste, was ich durchgemacht habe, waren für mich die Jahre vor dem Coming-out. Nach wie vor, auch gestern erst einmal wieder eine Nachricht an die Staatsanwaltschaft geschickt, weil es für mich offensichtlich strafrechtlich relevant, beleidigend ist. Das bleibt ja nicht aus, aber der Großteil der Bevölkerung ist offen. Ich hatte aber trotzdem eine ungeheure Angst davor, Ablehnung zu erfahren, Ausgrenzung zu erfahren. Und das glaube ich, das sind Urängste von uns Menschen, dass wir nur, weil wir so sind, wie wir sind, von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und dafür, glaube ich, haben die weit überwiegenden Menschen, die einfach das Herz am richtigen Fleck haben, auch Verständnis und Offenheit dafür. Und das, glaube ich, ist auch der Grund für die große Akzeptanz, obwohl sehr viele Menschen im persönlichen Umgang noch nie, also im persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis noch nie mit transgeschlechtlichen Menschen zu tun haben, sind sie offen und entsprechend akzeptieren. Sie sind der Meinung, die Gesellschaft ist einfach viel liberaler geworden. Und die Zahl der Menschen, die ihnen Respekt zollen, ist viel, viel größer als die Zahl der Menschen, die Mitleid mit ihnen haben oder sie gar verachten. Also Mitleid brauche ich nicht. Es gibt da nichts zum Bemitleiden. Ich finde es einfach schrecklich, dass mir so deutlich wird, wie groß dieser menschenverachtende Hass in der Gesellschaft ist. Ich habe keine einzige vergleichbare Nachricht vor meinem Coming-out bekommen. Ja, es gibt da zahlreiche Studien, die zeigen, diese Hassattacken, Hate Speech in den sozialen Medien konzentriert sich vorwiegend auf Frauen, konzentriert sich auf Menschen, die Politik für Minderheiten machen, Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen. Die bekommen ungleich viel mehr Hass und Hetze ab. Das finde ich schrecklich, aber damit habe ich gelernt umzugehen. Ich glaube, die Menschen sind da soweit offen, tolerant, davon profitieren. Also es ist halt für mich auch nicht einfach. Ich finde, solche Termine, ich rede frei von der Leber weg, was mein Leben betrifft. Ich brauche da eigentlich überhaupt keinen Spickzettel und nichtsdestotrotz ist das für mich emotionalste Schwerstarbeit, weil es um meine Gefühle und meine Empfindungen geht, jedes Mal. Und weil ich manchmal einfach am Abend einfach müde bin, müde bin, darüber zu diskutieren, müde bin, immer wieder auch mich mit dem Thema Hate Speech auseinanderzusetzen, das ist wesentlich anstrengender, wie wenn ich irgendwie Sachpolitik mache. Aber, also, ich denke halt so, die paar Leute, die sagen so, das kann ich jetzt nicht mehr hören oder was soll denn das? Ich glaube, die Menschen sind heute, die Gesellschaft ist definitiv offener und ich glaube, dass die Gesellschaft gegenüber der CSU auch in dem Punkt um Jahrzehnte voraus ist. Ich glaube, dass sich die CSU einfach da eine nicht begründete, nicht rationale Angst davor hat, dass wenn sie hier entschlossen sich für die gleichen Rechte einsetzen, von der Gesellschaft, von den Wählerinnen abgestraft werden könnten. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also, wir haben heute jedenfalls gelernt, der Unterleib ist nicht nur eine private Zone, sondern auch eine politische, die auch unglaublich viel Emotionen, auch negative Emotionen so mit sich bringt. Vielleicht als allerletzte Frage noch, wie tolerant sind Sie selber? Es gibt gerade den Vorgang, dass die SPD den Wahlkampfberater, den Staatskanzlei-Chef von Armin Laschet attackiert hat, weil er sozusagen vor ein paar Jahren sich geoutet hat und hat gesagt, ich bin total gegen Sex vor der Ehe. Ist das für Sie eine Haltung, die Sie ganz locker ertragen können? Wie meinen Sie? Wenn jemand gegen Sex vor der Ehe ist? Ich meine, aus religiösen Gründen auch. Aus religiösen Gründen. Er ist katholisch und vertritt das eben, diese ursprüngliche Lehre. Also, ich finde so, und das ist der Punkt, der mir manchmal vorgehalten wird zu Unrecht, dass ich sozusagen mein Sexualleben nach Außenkehr, ja, ich habe noch nie irgendwo öffentlich und das ist wirklich privat, wie es jeder halten möchte mit seiner Sexualität. Das finde ich, muss man jetzt nicht politisieren. Es ist ja der Unterschied zwischen Sexualität und Geschlechtlichkeit. Aber ich glaube, da gibt es ja noch ein paar andere Positionen, die entsprechend bedenklich sind und über die Haltung der katholischen Kirche, da könnte man nochmal einen eigenen Termin machen. Aber jedenfalls sind sie da auch tolerant und die SPD hat das ja auch jetzt zurückgezogen, sozusagen, weil man einfach nicht mit religiösen Überzeugungen da sich auseinandersetzen will. Ja, aber wenn aus religiösen Überzeugungen dann Positionen kommen, dass gleichgeschlechtliche Liebe und Transsexualität nicht gleich viel wert ist wie Position im Vatikan, die sich dagegen im Vatikan ausgesprochen hat, dass in der katholischen Kirche gleichgeschlechtliche Paare nicht mehr gesegnet werden sollen, dann finde ich, da ist halt dann eben die Grenze überschritten hin zur fehlenden Toleranz und ich glaube, da muss sich in solchen Punkten muss sich die Kirche definitiv bewegen und ich finde es hochproblematisch, dass in der katholischen Kirche nach wie vor immer noch Wirtenträger walten, die hier ihre deutliche Menschenfeindlichkeit gegenüber queeren Menschen mit ihren religiösen Überzeugungen begründen und unterfüttern. Das glaube ich, also da ist dann für mich einfach das Maß an Offenheit und Toleranz wirklich weit überschritten. Da haben Sie recht, da wird es dann wieder politisch und da versteht jeder, dass Sie dagegen auch Stellung nehmen. Gut, Frau Ganserer, dann, bitte. Sie haben dagegen geklagt, dass Ihr deadname auf dem Wahlzettel steht. Nein, sehen Sie mal nach, aber das ist so das typische Phänomen, Halbwahrheit fünfmal voneinander abgeschrieben, erweist sich als gesicherte Erkenntnis. Das Exklusivinterview habe ich den Spiegel gegeben und wer da nachliest, der findet auch die Fakten alle korrekt wieder. Ich klage nicht gegen das Wahlgesetz. Ich habe einen Antrag beim Amtsgericht Nürnberg auf Personenstandsänderung nach den TSG gestellt, weil für mich das Problem in diesen aufwendigen und entwürdigenden Verfahren nach transsexuellen Gesetz liegt. Ich kann nicht einfach zum Amtsgericht gehen, den Antrag haben wir vor drei Wochen gestellt, ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. Das Wahlrecht ist für mich einfach ein Nebenkrieg Schauplatz und hätte für mich dann auch das Risiko bedeutet, dass ich meine Wählbarkeit aufs Spiel gesetzt hätte. Also danke der Kollegin für die Nachfrage nochmal. Also weil man kann davon ausgehen auf dem Wahlzettel wird eben stehen ihr männlicher Name in Klammer dann ihr in Klammer Tessa ihr der korrekte Name und ich denke mal, dass die Wähler dann die die Geschichte kennen sozusagen nicht allzu verwirrt sein werden und die Wahl dann korrekt ablaufen kann. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würden wir dann die Veranstaltung beenden und uns bedanken, dass sie uns Einblick gegeben haben in ein ungewöhnliches Politikerinnen Leben und ich denke parteiübergreifend kann man sagen, auch im Landtag, wenn man mit den Politikern und Politikerinnen spricht, dass sie eine Bereicherung waren und vielleicht sind manche auch froh, wenn sie aus dem Landtag ausscheiden und in den Bundestag gehen, aber ich denke, das ist eine Minderheit. Okay, also vielen Dank, Frau Ganserer. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank.